Was kann künstliche Intelligenz für die Bildung tun? Damit befasst sich eine eigene Forschungsdisziplin namens Artificial Intelligence in Education und wer sich damit befasst, das sind vor allem Informatiker und Informatikerinnen und leider nur zu etwa 10% Pädagoginnen und Pädagogen, so eine Studie aus dem Jahr 2019. Dabei begegnen Lehrende gerade in der formalen Bildung häufig einer KI und manchmal ohne es zu wissen. Berichte im Twitter-Lehrerzimmer bestätigen das. Schülerinnen und Schüler nutzen zunehmend KI-Tools wie Smodin oder DeepL oder ChatGBT, um ihre Texte zu erstellen, zu übersetzen oder zu optimieren. Was sie dabei machen ist, sie lassen sich ihre Alltagsaufgaben abnehmen oder zumindest vorbereiten. Und das ist tatsächlich eines der großen Potenziale von KI, sich bei einfacheren Alltagsaufgaben rund um Texte, Bilder, Recherchen, Kursunterlagen, Berechnungen und Programmieraufgaben Support zu holen. Dass das in der Schule auch noch Lernaufgaben wären, das lasse ich im Moment mal beiseite. Besonders die generative KI für diese Alltagsaufgaben ist sehr nützlich und 2023 auch erstmals wirklich breit zugänglich. Generative KI, dieser Begriff umfasst KI-Anwendungen, die ohne unmittelbares menschliches Eingreifen neue Inhalte wie Bilder, Texte, Musik, Videos und mehr generieren. Als Unterrichtende müssen wir jetzt diese KI-Tools für die Vorbereitung auf die Lehre erproben und nutzen, denn nur wenn wir sie aus der eigenen Anwendung und Reflexion kennen, dann können wir auch Lernende dabei unterstützen, sie korrekt zu verwenden. KI-Anwendungen, die uns im Alltag schon viel länger begegnen, sind zum Beispiel Recommender-Systeme, also algorithmenbasierte Empfehlungen, sei es nun für Filme oder Bücher und so weiter. In der Bildung sind solche Recommender auch immer häufiger vertreten, zum Beispiel im Eule-Lernbereich für Erwachsenenbildnerinnen, einem Angebot des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung auf Webweb. Hier gibt es die Kachel Meine Empfehlungen, die zum Ausprobieren und Entdecken anregen soll. Es gibt aber auch die persönlichen Empfehlungen, wenn man einen Lernpfad abgeschlossen hat und die sind auf die absolvierten Inhalte zugeschnitten. KI in der Erwachsenenbildung kann solche Empfehlungen liefern oder noch stärker den Lernpfad leiten, also die nächsten Lernschritte vorgeben und ganze Lernwege personalisieren. Friedrich Wilhelm Hesse sagt dazu, sie ersetzen einen Privatlehrer. Die ersten Schulversuche dazu gab es in New York schon vor zehn Jahren mit der School of One und dem Konzept Teach to One. Dabei hat sich gezeigt, individuelle Lernpfade führen zu einer deutlich besseren Lernleistung, zum Beispiel bei solchen Lernprozessen, wo es ein klar vorgegebenes Lernziel gibt, wie in den MINT-Fächern vor allem dort. Das macht sich zum Beispiel die Lernsoftware Betamax zunutze, die den Lernenden adaptive Übungen bietet und die Lösungen korrigiert. Hier sehen Sie ein Beispiel. Viele kennen vielleicht auch die Sprachlearn-App Bubble, die ebenfalls anhand von Big Data die individuellen Lernaufgaben lenkt. Das Lernen wird damit effizienter, denn die richtige Information wird den Lernenden jeweils zum individuell passenden Zeitpunkt präsentiert. Ein Beispiel für Personalisiertes Lernen in der beruflichen Weiterbildung stammt vom deutschen Anbieter Wicelab und ist daher der deutschen DSGVO, der Europäischen Datenschutzgrundverordnung verpflichtet. In Wicelab kann man die Wissensbasis anhand von multimedialen Inhalten selber vorgeben und Wicelab wird dieses Wissen dann in kleine Portionen zerlegen, abprüfen und nach Erfolg erneut vorgeben und der Lernerfolg kann dabei auch statistisch ausgewertet und getrackt werden. Noch einen Schritt weiter geht Hypermind, ein antizipierendes Lehrbuch. Bei Hypermind werden während des Lesens und Lernens mit Sensoren analysiert, welche Fortschritte die Lernenden machen und wo sie gerade kognitiv mit ihrer Aufmerksamkeit stehen, zum Beispiel durch Eye-Tracking oder durch eine Messung des Hautwiderstands. Manchen Lernenden geht es aber vielleicht viel zu weit, denen geht es nicht um Effizienz, sondern einfach um das Gefühl der Begleitung, um überhaupt am Lernvorhaben dran zu bleiben. Und so etwas leisten zum Beispiel KI-gestützte Coachbots oder Edubots, die man am besten sogar am Smartphone dabei hat. Das kann zum Beispiel so aussehen wie hier eingeblendet. Individuelle Bots kann man mittlerweile sogar ohne Programmierkenntnisse selbst erstellen und die Anbieter dafür sind zum Beispiel Character AI oder Aura AI oder der deutsche Anbieter CoachBot.de. Aber noch etwas anderes kann KI in der Erwachsenenbildung. Sie kann eine neue Qualität der Lernerfahrung unterstützen. Dabei denke ich jetzt zum Beispiel an spielerisches Lernen, also an Game-Based Learning und hier besonders an Serious Games, also Strategiespiele, wie zum Beispiel Merchants von Game Learn oder Entscheidungsspiele, wie zum Beispiel Symbazin. Ein paar Screenshots aus Symbazin sehen Sie hier eingeblendet. Aber auch Trainingsspiele, wie sie vom Arc Institute für diverse Soft Skills angeboten werden, nutzen KI auf diese Weise. KI macht es möglich, dass sich Lernspiele dem Lernerfolg der Spielenden anpassen. Und von da aus ist es nicht mehr weit zur Simulation oder dem Einsatz von Virtual Reality, wie sie in medizinischen, unternehmerischen oder auch militärischen Bereichen üblich ist und auch oft mit KI arbeitet. Ein Beispiel dafür, wie das vom Wifi Steiermark bereits in seinen Ausbildungsangeboten umgesetzt wird, sieht man hier. Eingeblendet sehen Sie ein Beispiel für eine Virtual Reality Anwendung für Lehrlinge in der Elektrotechnik, die hier in einer Wohnung die Ursache für einen Kurzschluss finden müssen. Und da kann man sich auch unmittelbar vorstellen, wie hilfreich es ist, wenn man so etwas vor dem Ernstfall in einer Virtual Reality Simulation erproben kann. Aber auch Lernfelder wie hier die Anatomie für Gesundheitsberufe lassen sich mit Virtual Reality interaktiv und auf spielerische Art und Weise erlernen. Die sehr realistischen Darstellungen und adaptiven Funktionen solcher Anwendungen kommen mit Unterstützung von KI zustande. Also noch einmal zusammenfassen, was kann KI aus jetziger Sicht für die Erwachsenenbildung leisten. Generative KI kann uns Alltagsarbeiten vorbereiten oder eventuell ganz abnehmen. Recommender-Systeme können Empfehlungen zum Lernen geben. Chatbots bzw. Sprachmodelle können das Lernen in Form von Coaching oder Tutoring unterstützen. Adaptive Lernsoftware kann Lernschritte individuell anpassen und außerdem kann KI das spielerische Lernen unterstützen und im Rahmen von Augmented und Virtual Reality die realitätsnahen Lernererlebnisse verbessern. Das ist eine ganze Menge und dementsprechend können wir von einer weiteren Verbreitung von KI in der Bildung und auch der Erwachsenenbildung ausgehen.